Na also, reparieren erst einmal. Jupp. Nein, ah, verdammt falsche Taste gedrückt, dass ich das immer verwechsel. Ne, nicht wirklich. So, Rüstung. Helmschmied, Helmsch... 10.000 für den Brustpanzer. Ja, bringt aber auch einiges. Nein. Jupp. So. So, sobald ich dann in Montregioni, genau. Ähm, sobald ich dort, äh, die Schmiede, war das, genau, die Schmiede aufgerüstet habe, werde ich da halt alle Upgrades kaufen, die möglich sind, weil ich da halt fette Rabatte bekomme. Das ist dann natürlich nur klug. So, wo geht's weiter? Hier lang. Nein. Da will ich, die beiden will ich da noch haben, die beiden Schatztruhen, die da drin sind. Jawohl, da sind sie ja. Welchen Teil von, wir schneiden dir die Eier ab und knüpfen dich auf, hast du nicht verstanden? Den Teil. Ich weiß, er gab keinen Sinn, aber... Ich fand, das passte ganz gut. Heult woanders rum, ihr Spasten. Ah, wie die mir alle auf den Sack gehen hier immer, ne? Heult woanders rum. Oh, vera, anima. Ich spreche leider kein Italienisch, ich kann Spanisch, aber... Das ist letztendlich nur ähnlich. Nicht gleich. Ah, genau, im Taubenverschlag kann man sowas. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ich hab leider wieder mal total vergessen, was wir das letzte Mal gemacht haben. Deswegen muss ich mich jetzt gerade mal hier ein bisschen orientieren. Und während ich das mache, reiche ich hier erstmal den Steckbrief ab. Das ist ein guter Start. Genau, die Eliminierungsmission, das Auftragsattentat. Das wollten wir machen. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb ich jetzt ausgemacht hab da mittendrin. Hatte ich keinen Bock mehr? Egal, muss ich mir angucken, warum. Ich glaub, da kam irgendwie mir was dazwischen. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen geht's jetzt hier über die Dächer in Richtung des Auftragsattentats, wo auch immer das sein mag. Ups, okay. Von mir aus. Na gut. Nein. Okay. Dann halt von unten die Treppen hoch. Oder die Wand, auch gut. So, mal schauen. Ah, genau. Der Taubenverschlag. Da ist mir das Spiel abgekackt, weil ich ganz oft Shift gedrückt hab. Hat das Spiel goodbye gesagt. Und ich konnte neu starten. Fand ich jetzt nicht so geil. Eine Verschwörung gegen die Nachschublinien von Florenz wurde entdeckt. Beendet sie, indem ihr den Händler auf dem Marktplatz im Bezirk San Marco eliminiert. Lorenzo. Akzeptieren wir. Ah, jetzt kriegen wir praktisch von Lorenzo Aufträge, die Florenz, äh, äh, Moment, war da was falsch gerade dran an dem Satz? Ich weiß es gerade nicht. Der klang auf jeden Fall nicht so hundertprozentig sicher. Na, jedenfalls, ähm, sollen wir für Lorenzo jemanden eliminieren, der praktisch die Stadt schwächt. Und ich muss mal gucken, wo ist der? Ist der auf dem dicken Marktplatz hier? Nein, er ist am anderen Ende der Stadt. Klasse. Naja, dann hab ich noch ein ganzes Stück vor mir. Okay, ich mir mal kurz erzähl, damit ich wenigstens so Abstand hab. Mach ich hier einfach den Kunsthändler. Da will ich sowieso noch ein paar Bilder kaufen. Das ist übliche, ups, Entschuldigung. Wirklich, dass ich mein Schwert ziehe? Das wäre das Letzte, was ihr jemals seht. Ich werde dich ziehen. Und tschüss. Äh, wenn sie mich hier dumm anmachen, ne? Ich meine, Erziehung muss sein. So, wo kommen wir hier denn lang? Ups, Entschuldigung. Warum kann man nicht einfach diese Marktschreier oder diese... Ich hab vergessen, wie sie heißen. Einfach abstechen. Ich meine, dann hätte man auch kein Problem mehr damit, was die sagen, weil dann könnten sie ja nichts mehr sagen. Das wäre viel effektiver und günstiger. Also aus meiner Sicht sinnvoller. Aber gut. Egal. Oh, cool. Ein Kunsthändler. Mal schauen, was hat der denn? Für Schatzkarte mein Angebot. Keine. Und für Gemälde. Gekauft. Ein bisschen hier. Kann ich nicht. Und den Rest hab ich schon fast alles im Besitz. Cool. Damit, äh, steigt weiterhin der Wert, äh, oder weiter der Wert von Monteregioni. Jawohl. Plus 80 nochmal. Das heißt, wir nehmen das nächste Mal schön viel Geld ein. So, erstmal den Dicken hier. Oh. Juhu. Ach, schön. Frechheit. Und. Na? Jawohl. Sehr schön. Jetzt du. Na, den stechen wir einfach ab wie öde. Und wir plündern. Was wir am besten können. 300, na gut. Und komm, 500 oder so jetzt. Oder 10.000. Oh, ne. 10.000 gibt es, glaube ich, gar nicht in Thrun. Das sind immer nur so 500 maximal, würde ich sagen. Zumindest hatte ich da noch nie mehr rausgeholt. Wer weiß, ob es mehr gibt. Vielleicht gibt es irgendwie so eine Ultratruhe. Kann ich ja nicht wissen. Ja, ich verzeihe dir. Ja. Ist schon in Ordnung. Oh, verdammt. Wie wollte ich eigentlich bestehlen? Soll ich den mal bestehlen? Boah, ich bin ein Arsch. Bin nicht ein Arsch. Haha. Den armen Bettler bestohlen hier. Oh, das hat mich jetzt selbst geschockt, dass ich so ruchlos bin. So, ich würde sagen, wir sind innerhalb des Gebietes. Jetzt müssen wir nur den richtigen Heino finden hier. Was hat der denn hier? Ach, dieselben. Ziel lokalisiert. Sehr schön. Mist. Jemand hat meinen Geldbeutel ab. Zack. Ja, irgendwie denke ich das schon. So, sehr schön. Das ging ja flott. Der hat uns fast gar nicht bemerkt. Ach, da hinten kam er noch mehr Auftragsattentate. Aber erstmal mache ich hier das Rennen, glaube ich. Auch wenn das andere näher ist. Aber das Rennen ist nur einmal. Und die Auftragsattentate sind mehrere. Wer weiß, wie viele das sind. Da muss ich dann vielleicht 20, 30 Mal das machen. Insgesamt. Nicht pro Ding. Also, ich denke, dass das so drei pro Ding maximal sein werden. Aber vielleicht auch mehr. Ich habe nie alle gemacht. Erst nochmal hier ein bisschen den Bekanntheitsgrad senken. Ganz locker da hochklettern. Kein Ding. Alter, der kann aber schon wesentlich weiterspringen. als... Ezio hätte ich fast gesagt. Ezio kann weiterspringen als Ezio. So sieht es aus. Presse halten. Schiebe ab. So, hier ist ein Taubenverschlag. Aber ich wollte erst das Rennen machen. Also, zuerst das Rennen. Und wir sind sicher unten angekommen. Da ist er. Gegen den müssen wir ein Rennen machen. Sprechen wir mal mit ihm. Ich bin der beste Läufer dieses Bezirks. Sie sagen, ihr werdet auch recht gut. Beweist es. Machen wir. Ja? Ah, okay. San Marco Flitzer. Ich bin der schnellste Dieb der Stadt. Glaubt ihr, ihr könnt meinen Rekord knacken? Klar. Oh, es geht schon los. Alles klar. Laufen. Da lang weiter. Durch die Straßen. Na, klasse. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist ein geiles Rennen. Und wieder die geile Mucke hier. Oh, verdammt. Aber egal. Das zählt noch. Das hab ich zumindest. 32 muss ich schaffen. Und ich hab drei Minuten Zeit dafür. Ah, schaffen wir. Ich muss nur aufpassen. Ich hab keinen Bock runter zu stürzen. Alles klar. Hier bin ich falsch. Scheiße. Dafür hab ich jetzt keine Zeit. Alter. Darüber. Ja, klar. Am Arsch. Jetzt darf ich wieder in die andere Richtung. oder was. Ach, leckt mich doch, ey. Das hab ich, glaub ich, verkackt. Hopp. So. Los. 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 Das Problem ist auch immer, ich seh halt immer erst, nachdem ich einen hab, wo der nächste ist. Und muss das dann praktisch voraussehen oder wissen. Hälfte der Zeit ist um und ich hab nicht ganz die Hälfte der Checkpoints. Oh, verdammt. Nein. Ah, hoch. Scheiße. Das war dumm. Egal. Weiter geht's los. Ah, scheiße. Scheiße. Nein, doch nicht. Oh, Glück gehabt. Nein. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Oh, nö. Scheiße. Das kann ich sowas von vergessen. Da hab ich zu viele Fehler gemacht. Ach, jetzt darf ich am Arsch. So, weiter geht's hier. Oh, Gott, ey. Hopp, hopp, hopp. Los, los, los. Lauf. Fast geschafft. Ah, ich wollte gerade sagen, das könnte nochmal knapp werden. Aber. Ne, jetzt wird's garantiert nichts mehr. Scheiße. Zeit abgelaufen. Ja, das ist natürlich kacke. Kack hier ist. Ah, fuck. Egal, wird gleich nochmal gemacht. Diesmal kenne ich ja den Weg etwas besser. Und. Macht deswegen hoffentlich auch weniger Fehler. Hui. 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 Ich drehe mich im Kreis. Oh, es geht los. Alles klar. Falsche Richtung. Da lang. Santa Croce. Ah, okay. Da gibt's auch wieder. Sehr schön. Da sind wir gut durch die Menge gekommen. Hopp, hopp. Jawohl. Da sind wir schon mal besser hochgekommen doch. Genau, das war hier lang jetzt. Da bin ich ja das letzte Mal vollkommen falsch gelaufen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Hopp. Huh. Okay. Das ging nochmal so. Hopp, 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 hopp. Alles klar. Wir liegen wesentlich besser in der Zeit. Ich glaube, hier war gerade so die Hälfte der Zeit rum oder so. Oder sogar noch mehr. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Hopp, hopp mit dir, Ezio. Oh. Oh, okay.